Mein Name ist Markus Petzal. Ich komme aus Rosenheim. Im Moment komme ich gerade aus Valencia. Ich komme heute Urlaub. Ich musste für Kopierpapier kaufen, da zu Hause alles aus ist. Meine Tochter kopiert wie verrückt und die braucht das jetzt für das Studium. Wie ist das? Normal habe ich im Büro dieses Zeug kielerweise liegen. Und zu Benzegger gehe ich, weil ich kenne niemand anderen wie Benzegger. Benzegger ist halt Benzegger.